DARTBAND, der Speedway Podcast mit Micha und Ewi. Moin, liebe Sportsfreunde des gepflegten Speedway Sports, herzlich willkommen zu Ewi und Michas Sportstudio live am Sonntagmorgen, den 30.10., ich wusste das reine, Moderes Reformationstag, deswegen weiß ich es Feiertag und so. Nein, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband mit Micha und Ewi und heute, so wie Podcast sich gehört, Mikrofon zu Mikrofon, Auge zu Auge, aber nur über den Rechner, begrüße ich an meiner Seite im wunderschönen, warmen Neubrandenburg und sonnigen, denke ich mal auch gerade, 26 Grad warmen Neubrandenburg, René Ewi-Eberhardt, moin. Mach kaputt, was dich kaputt macht, moin. Was ein schöner Spruch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grüße, Grüße, Grüße. Na, wie ist. Ja, schön, ne? Endlich wieder auf meinen Hüpfball, die Leute nerven, Mikrofon vor der Nase, kein Staub im Gesicht, kein Dreck im Bier. Kein Stress. Kein Stress, keiner da einfach zwischen Quatsch, der einfach sich daneben stellt und mit uns labert, ne? Ja, schön war es auch, ne? Ja, ich habe schon überlegt, wie wir das abändern können, ob wir uns irgendwie, ich habe ja hier hinten im Hintergrund dieses R-Schild, was wir mal bei der Videoaufnahme hatten, ob wir uns das irgendwie mit der Batterie anschließen oder so ein, du weißt doch, du kennst doch die Lüfter beim Speedway, ne? Diese immer vor die Motoren stellen, diese tragbaren Lüfter mit der Autobatterie. Ob wir einfach so einen Lüfter nehmen, den Lüfter oben ausbauen und dieses On-Air-Schild da ranbauen und das einfach neben uns stellen und On-Air dann leuchten lassen, wenn wir aufnehmen. Ach, das wäre auch perfekt. Das wäre, das wäre sehr gut. Ja. Ich muss aber gerade mal sagen, hier bei unserer Ausschlaglinien, ne? Meine schlägt gar nicht aus, hat das was du sagen? Nö. Nö, und selbst wenn, das sind ja zwei Spuren, dann mache ich dich einfach lauter. Ach so, weil deine ist perfekt, aber meine schlägt irgendwie gar nicht aus. Ja, meinst du nicht. Also, ich habe ein bisschen an den Einstellungen, ich habe ein bisschen dran rumgespielt. Ach so. Und jetzt scheint das zu gehen. Ne, alles gut, das können wir nachjustieren, beziehungsweise ich glaube, das macht jetzt Buzz Proud. Buzz Proud macht das demnächst auch alleine für uns. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Micha, wie ist? Eine Woche ist jetzt, glaube ich, her. Ja, unser, na gut, für mich, letztes Rennen, du bist ja wieder schwer on Tour, aber. Eine Woche? Ist das schon eine Woche? Eine Woche oder zwei? Nee, zwei Wochen. Warte mal, am 15. war Dorn, ne? Ja. Das ist tatsächlich schon zwei Wochen her, ne? Warte mal, ich gucke mal kurz im Kalender. Stimmt. Hier guckt er, ja, fast zwei Wochen, also es ist jetzt Samstag, wären es zwei Wochen her. Ja, ja, ja. Ich war ja, stimmt, ich war ja schwer verletzt, ich bin ja immer noch gehandicapt. Wieso, was ist passiert? Na, in Dorn bin ich doch nach dem tollen ersten Punkt von Celina, habe ich doch gedacht, ich kann zwei Meter hochspringen. Mhm. Ich habe doch den Telemark versaut, ne? Ach du Kacke, keine Streichpunkte da, er hat dann gar nicht, oder wann? Na, gar nicht, ne? Also, ich, Töne, ich habe es noch knacken hören. Okay. Keine Ahnung, Meniskus, Kreuzband, irgendwas. Und, äh, ja, dann habe ich die zweite Urlaubswoche hier mit Fuß hoch und Eis auf dem Knie verbracht. Mhm. Von daher ist die mir wahrscheinlich entfallen. Oh. Aber das war's wert. Das tut mir leid zu hören, diese Assis, die da gezündet haben an der Startlinie, so, also bisschen dahinter. Ekelhafte Assis. Die schulden mir eine neue... Die schulden mir eine neue Jacke. Denn tatsächlich habe ich vergessen beim Zünden, dass die Tivo, äh, also ich habe gehört, das sollte ein Tivo-Bengalo sein, die mir da jemand in die Hand drückt hat, dass die auch die Magnesiumreste absprühen. Und jetzt habe ich überall lauter kleine Löcher in meiner Startbandjacke. Das ist, äh, kacke. Ja, aber das gehört doch nicht zum Sport. Das macht unseren Sport kaputt. Aber diese Bilder mussten wir Ihnen zeigen. Ja. Wieso? War doch geil. Also, ähm, ich glaube auch, dass unsere gerade heller beleuchtet war, als sie gerade, äh, von den Leuten, die aus den anderen Teilen von Deutschland kommen. Diese, diese, die in Polen fahren. Auch, ja, 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 ja. Diese Fernsehschule aus Polen. Haha. Ja. Nee, war schon cool, ne? Also so, jetzt so im Nachgang. Ja, aber auch jetzt denke ich gerade so, mh, klar, wir sind natürlich, also wir machen noch keinen Saisonredubrik, dafür ist es noch ein bisschen früh, wird ja noch einiges passieren, überall werden noch Trainingsgefahren und so, die Transferperioden kündigen sich auch irgendwie an, ne? Ähm, aber so ein, zwei Rennen, auch wenn wir echt viel unterwegs waren, ich habe mal eine Strichliste geführt, da kommen wir gleich zu, so ein, zwei Rennen hätte ich noch verkraften können. In Güstrow noch irgendwas mit Glühwein oder so, weißt du, und Heizpilz in der Kurve. Ja, ich habe gerade heute aktuell gelesen, dass der Nikolauspokal in Gnizno, Gnesen, glaube ich, auf Deutsch. Kann sein, ja. Am 4.12. meinte ich, soll der stattfinden, aus mangelndem Fahrerinteresse abgesagt wurde. Also die haben einfach keinen Bock mehr, ne? Die machen einfach Urlaub, die Fahrer. Ja. Egal, was du machst, kein Bock. Ja, gut. Da muss ich jetzt mal für beide Seiten sprechen. Ich meine, ähm, guck mal, wir reisen immer nur hin und haben Spaß, ne? Und machen ein bisschen Aufnahme. Ja, gut, wir arbeiten auch. Also das ist auch manchmal nicht so spaßig, ist manchmal auch hektisch, ne? Aber dann stell dir vor, du fährst da hin. Mopeds raus, ne? Irgendwie einstellen, Training fahren, Mopeds rein, die ganze Nacht durchfahren, dann frühmorgens irgendwo an der Tankstelle sauber machen. Hoffentlich eine zweite Kombi mit, wenn die andere schmutzig ist. Vielleicht im letzten Rennen nicht das eingefahren. Wenn du Profi bist, dann geht das, womit du gerechnet hast, weil du die Einstellung versaut hast und so. Ich glaube, wenn du das so, weiß ich nicht, 50, 60 Mal im Jahr machst, gerade auch wenn du vielleicht ein, zwei Liegen bedienst, ist das, glaube ich, schon ein ganz schön harter Tobak. Ja, wahrscheinlich, ne? Irgendwann brauchst du, irgendwann musst du ja wahrscheinlich auch mal runterkommen, ne? Ja, genau. Oder wie der Mensch auch. Also eine Auszeit braucht, braucht wahrscheinlich so ein Speedway-Profi wie jeder andere auch mal eine Auszeit, ne? Na klar. Weil ich weiß, ich kann mich erinnern, ich war mal beim Nikolaus Pokal in Stralsund. Das war echt wichtig. Das Thema hatten wir schon mal und wir konnten nie wirklich auflösen, ob das in Stralsund war. Doch, das war in Stralsund. Da bin ich mir zu 99,783% sicher. Aber es war auch eine einmalige Geschichte. Und war es dann voll? Ich ja, wie immer. Ist ja klar. Ja, es gab bestimmt Glühwein. Also wenn es Glühwein gibt, bist du ja eh hin und weg. Selbstverständlich, ne? Also wenn mich einer ködern will mit Glühwein. Hat ja auch in Dorn gut geklappt. Ich habe endlich meine Glühweinschulden bezahlt. Mit Trinkgeld. Liebe Grüße an Romy. Ich hörte davon. Ja. Ja, aber es war auch irgendwie, war die Bahn, glaube ich, gefroren. Da ging das auch nicht wirklich. Ja gut. Du, dank der Erderwärmung. Also ich habe so eine Gruppe, die sagt, die gibt es nicht. Aber nein. Dank der Erderwärmung könnte das du. In Berlin sind jetzt im Durchschnitt gerade immer noch 14, 15 Grad. Und die Wälder und Bäume sind bei uns noch grün. Die sind schon, so langsam werden sie gelb. Und es fallen auch schon Blätter. Aber es sieht nicht aus, als wenn nächste Woche November ist. Und es waren heute, glaube ich, 19 Grad oder so. Also mega krank. So ist es. Aber nichtsdestotrotz ist sie end, würde ich sagen. Jetzt war es nochmal Halloween in Wittstock irgendwie. Ja, habe ich gelesen. Und auch Flat Track oder sowas, ne? Ja, das war letztens, glaube ich, auch in Wolfslag. Ist so dieselbe Renngruppe da. Ich weiß nicht, ob das irgendein externer Veranstalter ist, der da so Flat Track, irgendein Europa-Team-Speedway gegen Amateur-Speedway-Leute fahren lässt. Ja. Ja, wahrscheinlich eine schöne Tagesveranstaltung für viele Amateur-Leute, ne? Ja, fahre ich jetzt aber nicht hin, weil es ist mir zu weit. Aber ich habe gesehen, heute, nur mal, in der Startaufstellung steht Max Gelger. Oh, mega gut. Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob wir davon erzählt hatten in der letzten Folge aus Doren, die GSM. Aber war mega schön, ihn zu sehen. Ich folge ihn auch auf Instagram. Also vielen Profis, aber da er auch immer so mega sportlich unterwegs ist und ich gesehen habe, dass er schon in Dienbergen gefahren ist und hatte mich ein bisschen erschrocken, dass er noch angehumpelt kam. Und habe mit ihm lange gesprochen. Liebe Grüße an der Stelle, Max. Er meint, so mit Laufen und Fahrrad fahren, das ist was völlig anderes, als wenn du auf dem Motorrad sitzt. Er sagt, das ging schon wirklich richtig gut und da kann man mal sehen, da kann man gar nichts richtig einschätzen, was für Körperpartien man da doch wahrscheinlich wirklich betont, ne? Denn ich bin der Meinung, dass er eine gebrochene Hüfte hatte. Ich glaube, er hatte sich die Hüfte gebrochen und ich habe gedacht, dass gerade so die Hüfte mit dem Druck auf dem Oberschenkel am rechten Moped oder in den Beinen was zu bringen muss, um die Kiste wegzuziehen oder so. Dass das mega, also dass das total wichtig wäre, dass das gerade die Hüfte so total stabil ist und schon sehr, sehr gut funktioniert. Ne, ich glaube, das hatten wir sogar thematisiert. Weil ich kann mich daran erinnern, weil er hatte mir erzählt, und das habe ich glaube ich auch im Podcast gesagt, dass es darum ging, überhaupt mal zu fahren und zu sehen, wo er trainieren muss. Ich glaube, Kurveneingang war okay, das ging schon. Aber dann irgendwie weiter nicht, weil da eine andere Muskelpartie beansprucht wird und jetzt weiß er halt genau, wo er jetzt ansetzen muss, zu trainieren. Und wie ich Max kenne, hat der in zwei Wochen auch wieder so viel trainiert, dass er jetzt nochmal guckt, ob er schon drei Viertel der Kurve schafft. Und wenn die Sendung raus ist, dann haben wir es ja schon hinter uns. Sonst könnt ihr schon beurteilen, ob es geklappt hat oder nicht. Ja, auf jeden Fall schön zu sehen. Und auch gerade bei dem, na, Mangel will ich es nicht nennen, aber es sind wenige Fahrer, es ist gerade so ein Fahrer wie Max Silger wieder eine Bereicherung, ne? Egal, wo er fährt, ob STC oder auch vielleicht bei der GSM oder vielleicht auch bei der Bundesliga, wenn es dieses Jahr eine gibt. Mal sehen, wo man ihn überall so sieht. Ja, Dorn waren ja noch mehr, ne? So ein Kai Huckenbeck zu sehen, wieder ohne Krücken. Ja, freue ich mich schon wieder auf die nächste Saison, wenn sie alle wieder fit sind. Ja, wollen wir gleich mal, du hast es angesprochen. Mega Brücke geschlagen, ne? War gut, ne? Ja, ja, ja. Ich bin ja heute tatsächlich ein bisschen vorbereitet, ne? Ja, ich auch. Wir sind beide Mega-Vorbereitete. Ja, wird die schlechteste Sendung ever wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ich habe echt drei Reiter auf, dann habe ich mir noch was ausgedruckt. Auf meinem linken Bildschirm habe ich noch mir Stichpunkte gemacht. Ein ganzes DIN A4-Blatt voll. Aber in Schriftgröße 72, Areal Black, ne? Ja, dass ich das auch lesen kann, ne? Ja. Ja, komm, dann hauen wir mal aus. Bundesliga, ne? Hast du gesagt. Mhm. Hatten wir auch in der Montagsfrage? Ja, richtig. War ein krasses Ergebnis. Also, ich glaube, 75% meinen, es gibt keine. Genau. 75% rechnen nicht mit einer Speedway-Bundesliga. Und wir haben ja heute beide, wir hatten die gleiche Idee, haben mal so in das Landshut-Team geguckt. Genau. Für nächstes Jahr. Polnische zweite Liga. Bei Landshut weiß man mittlerweile durch Facebook, wer die Verträge schon, genau, erste, genau, I, Winner, Schuschler, Liga. Mittlerweile weiß man auch durch die Facebook-Seite, wer da schon die Verträge verlängert hat für 23. Weißt du das? Oder hast du das gelesen? Ja, ja, wenn ich mir das angucke, ne? Ich fange mal an. Also, ich bin jetzt auf Bundesliga bezogen, ne? Ja. Smolinski. Also, ein Smolinski. Erik Riss. Kai Huckenbeck. Norik Blöder. Lukas Baumann. Sandro Wassermann. Erik Bachuber. Kai Hillebrandt. Mhm. Ja. Wer soll denn bitte noch eine deutsche Bundesliga fahren? Also, wenn jetzt jeder, also, angenommen, es sind nur vier Vereine, ne? Mhm. Wer bleibt denn da noch übrig? Also, die, an Deutschen. Ein Bursch hat aufgehört. Mhm. Dann hast du noch einen Wölbert, einen Degel, wenn er fit wird. Ja, und dann ist er auch schon, äh. Dann willst du mir den 500. Sorry, wenn ich hier, ja, sorry, wenn ich hier, ja. Ja, gut, dann kommst du, dann kommst du, ähm, zu den, äh, ich weiß nicht, ob sie Haltprofis sind, ich möchte es jetzt irgendwie betiteln, aber ohne, dass ihr, dass ihr jetzt denkt, wenn ihr das selber hört, dass der Schechtmeiner kommt, die, also wir haben jetzt von den, haben wir von den Profis geredet und dann kommen wir schon in den Arteurbereich, ne? Dann musst du dir den, den STC, den STC angucken. Und bist du ja schon bei Dettens und Co, ne? Und bei, bei... Ja, genau. Genau. Dann kommen... Und du brauchst ja pro Team, sagen wir mal, zwei. Du brauchst ja acht Leute, die dann, also wenn man sagt, jede Bundesliga-Mannschaft, und wir gehen nur von vier aus, hat zwei deutsche Fahrer. Mhm. Also, da, finde ich, wäre die Leistungs... Diskrepanz, wie nennt man das? Äh, helf mir mal. Das Leistungsniveau. Das Leistungsniveau. Gefälle. Mhm. Der ist schon heavy, ne? Also... Ja gut, also, äh, das Leistungsgefälle ist natürlich anders, klar. Aber wir dürften dann nicht vergessen, ja klar, Busch hat aufgehört, aber mir fällt dann auf Schlag ein, Valentin Grobauer wäre noch da, Michi Hertel ist nicht zu vergessen. Äh, wahrscheinlich... Also, die waren ja beide bei Landshut, sind auch noch offiziell da. Mhm. Ich könnte mir ja noch vorstellen, dass die beiden da nicht mehr unterkommen, ne? Mhm. Max Dürger und dann geht's auch schon, ja, Lukas Baumann. Also, Quatsch Baumann ist ja auch da. Genau. So, Devin Wölber, Lukas Fienhage. Genau, Lukas Fienhage, Ben Ernst, ähm, Bielmeier, Daniel Spiller, auch wieder öfters zu sehen. Und dann geht's schon in die ganz jungen Fahrer. Dann geht's so Richtung Johnny Wiener und, äh, Ronny Weiß, wenn er denn noch fährt. Ja. Silina. Ja, 100%. Also, wie findest du, na klar, kannst du welche aufzählen, ne? Mhm. Aber es ist natürlich ein anderes Leistungsniveau, das ist klar. Also, ja. Ist das nachher eine spannende, bunte... Also... Ich weiß nicht, es redet, ne? Ja, nein, liebe Fahrer, wenn ihr das hört, führt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Aber die Frage, glaube ich, die du stellen möchtest, aber ein bisschen Angst oder eine Angst vor hast, aber man sich schlecht ausdrücken kann. Ist es die Bundes... Ist es noch eine Liga, die da das Niveau einer Bundesliga hat? Es sollte doch die... Oder ist die Frage dahinter? Ja, oder ist die Frage, kommt Landshut zurück, ne? Und gibt quasi... Weil Landshut wird nicht beides fahren. Das glaube ich einfach nicht. Das geht, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Das weiß ich auch nicht. Habe ich keine Ahnung von dem Liga-Anhem. Ich weiß nicht mal, ob das regelt... Also, keine Ahnung, kann ich dir gar nicht sagen. Wollte Landshut beides fahren? Weiß ich nicht. Also, da könnte ich jetzt auch nur mutmaßen. Und die Frage ist aber auch, ist eine Bundesliga ohne Landshut denn noch eine Bundesliga? Ja, wäre sie. Selbst wenn... Also, es könnten ja auch die Fahrer doppelt fahren, ne? Also, es ist ja im Speedway sowieso, dass einer in zehn Klubs fährt. Gar keine Frage. Aber... Wie willst du das terminlich hinkriegen? Die Polen machen ja, was sie wollen. Das haben wir dieses Jahr oft genug erlebt, ne? Mehr als oft genug. Also, und da kannst du ja nicht mal Landshut einen Vorwurf machen, ne? Also, es ist dann einfach so. Die machen das dann mega professionell. Die haben sich ein top deutsches Team zusammengestellt. Finde ich gut, ne? Dass sie da alle Deutsche unter Vertrag haben. Und... Ja. Es ist spannend. Natürlich ist es spannend. Obwohl, man... Und ich komme wieder... Wir kommen wieder auf dasselbe Thema. Aber es ist halt so. Muss man nicht vielleicht gucken, ähm... Ob... Gut, German Speedway Masters lassen wir jetzt mal außen vor. Da hat Jan Seidler in der letzten Folge ganz klar gesagt, sie sehen sich nicht als Pornhagen der Bundesliga. Ja, das lassen wir jetzt alles mal auch so stehen. Seine offizielle Aussage von... Roman Kapuscinski war es. Ja, oder Roman. Kann auch sein, dass es Roman war. Ähm... Aber müssten wir dann nicht gucken, dass der STC, also der Speedway Team Cup, auch wenn er nicht Bundesliga heißt, wir machen es jetzt gerade ja nur am Namen fest, nicht dann schon, auch dieses Jahr, unbewusst die Bundesliga ersetzt hat. Und... Das Gute daran, egal wie hoch das Leistungsgefälle ist, Jungfahrern, wie wir sie gerade genannt haben, oder auch Älteren, die noch Bock haben zu fahren, wie Milko, ne? Milko Wolter, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Oder, weiß ich auch, den jungen Manuel Rau und sowas. Oder Anne-Kathrin Gerdes, die ja zwar noch nicht so alt sind. Ob die nicht einfach eine gute Bühne gekriegt haben, auf deutschem Niveau und sich untereinander zu messen und Rennpraxis zu bekommen. Und dass man vielleicht einfach sagen muss, pass auf, Bundesliga, das war's. Wir machen es nicht an Namen fest, die neue Liga, oder die, die die Bundesliga ersetzt, ist der STC. Ja, haben wir öfter mal propagiert, aber dann, erinnere dich, wir waren auch ein, zwei Mal gucken, ne? Na klar ist das was anderes, natürlich. Aber es ist, wir beide, erstens hast du kein Zuschauerinteresse, ne? Warum, also es ist einfach nicht da. Ja, weil es nicht Bundesliga heißt. Weil es nicht Bundesliga heißt. das ist egal, die Leute wollen einfach auch mal Fahrernamen haben. Die wollen, ja, aber ich glaube, die Leute, die sich nicht so doll mit dem Sport auskennen, die so ab und zu mal nach Güstrow fahren oder zwei, drei Rennen, ein paar, sag ich, egal wo, oder in Stralsund mitnehmen, die, wenn die das lesen, Speedway Bundesliga und der Name macht's, da kommen ja Leute, glaub mir. Wenn sie hören Bundesliga, in allen deutschen Sportarten ist die sogenannte Bundesliga das höchste der Gefühle. Es gibt sogar eine Bowling-Bundesliga und selbst die haben Zuschauer. Tischtennis-Bundesliga heißt es Tischtennis-Team-Cup. Wird da keiner hingehen. Heißt es Bundesliga, ist es was anderes. Ich glaube, die Leute entscheiden nicht nur nach Fahrern, sondern auch nach Namen der Veranstaltung. Denn, ähm, siehst es ja auch in Güstrow der Pfingst-Pokal, warum ist der so erfolgreich? Wenn auch nicht immer das beste Fahrerfeld ist. Es ist Pfingsten, es ist Tradition und alle kennen Speedway in Güstrow zu Pfingsten. Das ist bekannt, das ist ein Name. Der Pfingst-Pokal in Güstrow ist ein Name. Das ist genau so ein Name, ja. Ja, aber die Frage ist, brauchen wir es? Lebt Speedway nur von offenen Rennen? Sind diese Prädikate überhaupt von den Zuschauern gewünscht, dass wir als Fans das geil finden? Und auch diese, aber der normale Standard-Zuschauer, oder ich gucke mir auch die Vereine an, die verstehe ich mittlerweile auch, wenn ich mir so ein, die Veranstaltungen sind ja auf dem aufstrebenden Ast, so ein Movi-Dum, die mit ihrem Master of Speed wieder seit Jahren wieder gute Arbeit machen. Ja, das sind wirklich ausgeladen worden. Ah, cool. Ja, vielen Dank dafür. Haben da mega Zuschauerzahlen. Wenn ich mir angucke, einen neuen Knick jetzt gerade, dieses ADAC-Bundesendlauf. Hörst du nur Gutes von, die haben da alles bunt gemacht, die hatten Zelte, die hatten eine geile Siegerehrung, die hatten alles für die Kids gemacht. Ja, ich weiß, jetzt gleich die Gegenfrage, die Gegenfrage an dich und auch an mich. Ich habe es jetzt in der Recherche für die Folge hier auch gesehen. Warum sind wir da beide nicht gewesen? Ja, weil, keine Ahnung. Ja, genau. Ja, eine Frage. Und, weißt du, obwohl wir ja tatsächlich viele Renn fahren, ich habe mal durchgezählt, war eine Menge, also mein Kilometerstand sagt auch, so Ölwechsel. Aber, obwohl wir beide uns ja wirklich viel mit dem Thema beschäftigen, es gibt sicher nicht nur Leute, die es noch mehr machen als wir, keine Frage, haben wir es nicht auf dem Schirm gehabt und sind nicht hingefahren. Auf dem Schirm schon, aber es ist halt neun Knick, es ist weit weg, es ist ein ADAC-Bundesendlauf, es ist viel Kinder, es ist viel Jugend, ja. Es ist, ja, an sich, für mich ist aber Speedway auch so ein bisschen Event, weißt du, also Zuschauer, das, das, also ich will auch mit Leuten mal quatschen, einen treffen und da weiß ich, da fahre ich hin, da ist es unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja, ich habe bestimmt sportlich einen schönen Tag, ne, aber mir fehlt dann das drumherum, also das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ne, also Fahrer kenne ich drei, ne, dann vielleicht, oder fünf. Mhm. Ja, also ich brauche schon, das ist das, was ich auch sagte von, ob ich zum Team Cup fahre oder zur Bundesliga, Team Cup sind halt, ja, ne, erinnert dich an das Rennen, erinnert dich das Rennen an Tag der offenen Tür, Tag der deutschen Einheit, dritter Zehnter in Güstrow, äh, der SCC war ein mega gutes Rennen. Das hat Spaß gemacht der Tag, aber, es war in Güstrow, es war, die Leute waren da, wir hatten ein Publikum, ne, das hast du nicht woanders, geh mal in Tetro zum SCC, da sitzt du vor 30 Leuten, oder nicht, das hast du auch in Oldtring, das hast du in, in, in Kloppenburg, die bei der Master, äh, Night of the Fights ein volles Haus haben, die sitzen beim SCC auch mit 300 Leuten da. Ist es der Bundesliga-Team Cup, gucken die Leute schon mehr drauf, weil Bundesliga vorsteht, ist, ist eine Einschätzung von mir auch bestimmt, ich würde das mal glatt so, glatt so behaupten, tatsächlich. Äh, vielleicht mal eine andere dumme Frage. Mhm. Speedway-Team Cup, mhm, anstatt Night of the Fights, Speedway-Team Cup, anstatt Pfingst Pokal, also den, weißt du, geht das über, also, anstatt so ein Fahrerfeld wie an Pfingsten, mhm, einfach den Team Cup da fahren, mhm, und anstatt das Fahrerfeld Night of the Fights, den Team Cup da fahren. Im ersten Jahr ist die Bude voll, weil das Pfingsten, es ist Night of the Fights. Mhm. Wie geht's dann weiter? mhm, verstehst du, was ich sage? Ja, 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 verstehe. Wenn man die Traditionstermine nimmt und da diese Liga fährt? Glaube ich wird, allein schon wegen dem finanziellen Aspekt, ich glaube, es gibt viele Vereine in Deutschland, die dieses eine große Ding haben, womit sie ihr Jahresbudget dann rausholen oder vielleicht sogar das für zwei Jahre oder für die Neuanschaffung im Stadion, whatever. Mhm. Ich glaube, dass sich das viele nicht nehmen lassen werden, aber wenn man es machen würde, ob es dann sich im darauffolgenden Jahr wieder bewähren würde, meinst du? Mhm. Ja, gute Frage. Ich glaube, es wäre fahrlässig, wenn ich als Leiter eines großen Klubs, wenn ich jetzt der Vorstandsvorsitzende Klub XY als Beispiel in Güstrow wäre, zu sagen, ey, wir machen aus dem Pfingstpokal Speedway Team Cup, geben den Namen oder Speedway, oder weiß ich, na gut, Bundesliga wird dann ja sowieso besucht sein, meiner Meinung nach, aber wir machen den Team Cup draus, ob es dann das zweite Jahr, ja, viel zu gefährlich, Einnahmen zu riskieren und ich glaube, Pfingsten ist eine gute Sache für Güstrow, die machen da bestimmt gutes Geld für einen Verein, was total wichtig ist, wenn auch die haben, die Energiepreise zu tragen und so, aber das wäre schon mal interessant, ne? Wie so ein Feldversuch. funktioniert sicherlich ein Jahr, aber ich glaube, der ist einfach nicht Publikumsmagnet anziehend genug, um damit, ja, Stadien zu füllen, ne? Du brauchst Stars, du brauchst Zugpferde, egal wie die Liga heißt. Ja, 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 genau, ja gut, in der Bundesliga hat es ja auch mal funktioniert, da ist auch mal ein Scott Nichols für Güstrow gefahren, das hat die Leute auch angezogen, ne? Sonst Scott Nichols, ne? Ja, Andy Smith, jahrelang, ja, wobei hingegen die Zeit der einiger Stars, die wir noch als Stars verbuchen, auch abgelaufen ist, ich weiß auch, wo wir beide jetzt gerade in Kloppenburg waren, äh, zum, äh, Night of the Fight, Chris, Chris Harris auf einmal da war, ne? Und ich denke so, okay, cool, Alter, früher, noch vor zehn Jahren, 2010, ist er irgendwie gekommen, Krieg, wir waren, hättest du voll gefeiert, und ja, da ist leider nicht mehr viel von übrig, ne? Ja, er ist halt da, ne? man veranstaltet ihn gerne als Namen mittlerweile, der nicht so gekostet, und ja, ist schon noch eine, ja, Name, der zieht, ne? Egal, ob er vertraut oder nicht, du brauchst halt Namen. Und das, glaube ich, kann der Team Cup nicht bieten. Kannst du mit der Bundesliga, aber... Ich glaube, dass die Idee hinter dem Team Cup, aber glaube ich auch wahr, ich bin der Meinung, es gelesen oder gehört zu haben, einfach jung deutschen Fahrern die Möglichkeit zu geben, mehrere Rennen mal zu fahren, und halt nicht nur offene Wald- und Wiesenrennen mitzunehmen, Sondern eine gut, äh, gemachte, äh, Liga-Cup-System, wie auch immer, es ist ja im Endeffekt, machen wir uns sich vor, Ähm, der Speedway-Team Cup ist einfach eine Liga gewesen, ne? Mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Vereinen. Ja, perfekt, also, perfekter Unterbau zur Bundesliga, ne? Also, aber sie fehlt halt. Und ich glaube, um nochmal den Bogen zurückzuschießen, ne? Äh, sie wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie stattfindet. Also, bestimmt vielleicht wieder als Eintagesfinale. Ja, ist keine Bundesliga. Also, äh, können viele gerne anders sehen, eine Bundesliga für mich mit einem, mit einem Eintagesfinale. Klar gucke ich mir das Rennen an, und das ist jetzt auch, ne? Ist nicht alles Kacke, aber sorry, ist für mich kein Liga-Betrieb. Ja, aber guck mal, wir beide diskutieren jetzt auch schon, ne? Über dieses Thema. Mhm. Und stell dir mal vor, jetzt sitzen da noch sechs Vereine, die eh schon nicht wissen, ja, ne? Hm. Kriege ich jetzt hier sechs Fahrer zusammen, oder sieben? Dann verletzen sich noch zwei, dann, äh, überschneidet sich vielleicht die Polnische Liga, oder eine Liga, wo, genau, auch am Wochenende gefahren wird, wo immer sie auch unterschrieben haben. Die Polen haben limitiert, ich glaube, du darfst Polen plus eine oder zwei weitere Länder fahren, ne? Also, auch nicht unbegrenzt. Ja, die Großen, gut. Und die Großen, also die, die dann, dann kommen wir wieder auf das Thema Namen zurück, die fahren dann höchstwahrscheinlich noch Schweden, äh, in der Woche. Dänemark, England, Dänemark, England, und dann ist auch schon vorbei. Genau, ne? Und überleg mal, wie viele Leute Polen in der Liga fahren, ne? Also, und dann überlegst du dir auch zu viel. Drei Ligen, ne? Extra Liga, erste, zweite, viele Deutsche in der ersten und in der zweiten unterwegs, Kevin zum Beispiel immer in der zweiten zu sehen. Ja. Also, ich glaube, das ist ein Thema, das über den Winter noch spannend wird. Ja, wir müssen uns mal irgendjemanden holen, der da auch mal ein bisschen, pardon, der da auch ein bisschen so, äh, mit Wissen glänzen kann, wie sind die Regeln, was passiert da gerade. aber da fällt mir auch tatsächlich jetzt auf dem Stehgreif keiner ein, den wir dazu einladen könnten. Nö, vielleicht hat ja einer Bock von den Vereinen, die, die so, so eine Bundesliga-Urgesteine, Brugstedt, Stralsund, Güstrow, hat ja auch schon nicht mehr mitgemacht, ne? Und die waren dann immer mit meinem Tagessinale dabei. Also, ne? Ich glaube, die haben das letzte Mal Bundesliga 2010 gefahren. Oder ja, das war auch schon mal als Thema. Das ist aber auch wieder, irgendwas müssen wir ja mit dieser Liga haben, weil es uns, Ja, das ist, wenn ich das zum Vergleich sehe, sonntags schalte ich meinen Fernseher ein und gucke, äh, Polnisch Liga. Ich habe mir einen Verein ausgesucht, den ich ganz okay finde, er ist grenznah, Da kannst du auch selber mal hinfahren, das ist Gorjow, geil, gute Stimmung, ne? Und ich weiß, Bartos Maslek, klar, sie fährt total auf ihn ab und ich kann halt für jemanden sein, ne? Dann haben wir so einen blöden Schal, den legen wir uns vor dem Fernseher, das ist unser Ritual, am Sonntag und gucken Liga und freuen uns, ne? Haben natürlich völlig abgekackt, dass sie das Finale jetzt nicht gewonnen haben, ne? äh, war die Hütte voll, hat Spaß gemacht und, ne? Ne, warte mal, hat Gorjow gewonnen oder war das Lubmin? Ja, aber es ist, Lubmin. Lubmin hat gewonnen, ja, doch. Ähm, ja. Es ist schon, ja, du kannst dich auch auf nichts freuen, du kannst dich auch nicht hinfiebern drauf, äh, ja, gibt's eine Liga, welche Vereine, wer holt wen an? Guck mal, Strahlsund, jetzt hört ein Buscher auf, ne? Und mal wieder so ein bisschen, ne? So ein Lokalpatriotismus. Wer ist denn in Strahlsund noch? Wen sollen die denn, ne? Ja, gut, Spiedendorf, Spiedendorf, ja genau, Spiedendorf, wer noch da? Nake ist zu klein, deiner ist zu klein, die fahren noch keine Bundesliga, ne? Äh, halt, stopp, 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 also. Ja, ich weiß, er hat schon unterschrieben in Gorjov wahrscheinlich, Na klar, Klaas hat schon unterschrieben in Gorjov. Diggi, ich hab nicht ohne Grund da, was hab ich da reingepulvert, 25.000 oder was? Äh, bitte, ne? Du wart ein Startbankgeld, jetzt reicht's aber, muss auch was kommen, Diggah. Ja, na klar. Ja, das ist, ey, lass uns mal irgendwie, äh, auch eine Folge machen, ähm, wo wir vielleicht ein, zwei coole Fans reinholen, die Bock haben und auch erzählen können und mal aus anderer Fans, nicht nur aus unserer, mit dem wir mal dieses Thema Bundesliga echt auseinandernehmen können. Ja, es gibt ja kein Thema. Ja, aber wie die das sehen, das ist immer so unsere, wir haben ja fast immer beide so die gleiche Sichtweise zumindest auf das Thema, weißt? Ja, aber ich glaub, die Leute, denen ist es mittlerweile scheißegal, die wollen einfach irgendein offenes Rennen sehen, ne? Hab ich jetzt ganz oft, festgestellt. Ja, meinst du? Ja, das ist den Wuppe, ne? Das ist, äh, GSM ist so ein bisschen angekommen, hab ich das Gefühl, in der, in der Fanszene, ne? Also sie wird nicht mehr so zerrissen, hab ich jetzt so, nach Dorn so, trotz Regen und so war, ja, ne? Ja, das Manko war einfach in Dorn nur, äh, die lange Wartezeit. Das ist natürlich am Ferienseer noch beschissener als im Stadion, im Stadion kannst du es hier noch mehr vertreiben, Ja. Ja, und wieder, ja, aber, guck mal, wir schlagen jetzt schon wieder die Brücke zur GSM, wo wir dann aber sagen müssen, äh, nein, sie haben ganz klar gesagt, sie sehen sich nicht als Pendant, ne? Ne, auf jeden Fall nicht. Ich muss, ich hatte irgendeiner geschlagen, warte, ich muss, echt jetzt? Wir sind einschläfert, wir haben schon wieder eins zum Schlafen gebracht. Alles klar. Ey, aber ist egal, das Thema Bundesliga können wir echt noch breit quatschen. Ja, ist echt krass. Wir haben angefangen mit Land zu, so sind wir da hingekommen. So sind wir da hingekommen, genau. Und klar, sie fährt jetzt auch Spielfeld. Ich weiß, ich soll es nicht thematisieren, aber mein Sohn hat mich echt dazu breit geschlagen, dass er jetzt auffahren darf. Und, nein, ich möchte mal gleich allen, auch meine Familie, die das hier immer hört, nein, liebe Familie, ich habe meinen Sohn dazu nicht gezwungen. Er hat von alleine gefragt, ich bin mit ihm hingefahren, weil ich ihm die Chance einmal geben wollte und tatsächlich hat er es von Anfang an sehr gut gemacht, auch wenn er beim ersten Training gleich Vollgas in die Banne gewummert ist, weil er das mit den Bremsen noch nicht so drauf hatte und danach habe ich gedacht so, jetzt hört er auf, aber er sagt, mache nicht nochmal, tat weh und fährt weiter. Und ich kann jedes Elternteil verstehen, was aufhört, allein schon wegen den Kosten, seinen Sohn Spielfeld zu fahren. Ich möchte nur mal einen Preis zugunsten geben. Ich kaufe mir Schuhe von Adidas, die kosten so um die 50 bis 60 Euro. So erst mal hängst du nicht nur ständig davor, überhaupt Sachen in Kindergröße zu finden, sondern guckst auch auf das Geld, weil das echt teuer ist und dann war ich irgendwie, letztes Wochenende beim Saisonabschlusstraining in Parchim. Übrigens schöne Grüße nach Parchim. Ich weiß, dass Christian Seliger da auch so ein Dings gemacht hat, so ein Schnuppertraining für viele Kinder und das war richtig voll. Da waren bestimmt 10, 12 Kinder, die sich das angeguckt haben. Das war so eingebaut in das Saisonabschlusstraining und auf jeden Fall war da auch ein Händler aus Dänemark, der so Sachen verkauft hat und der sagte mir, ich habe auch Stahlschuhe. Ich sage, super, wir brauchen noch einen Stahlschuh, wenn, dann soll er gleich alles richtig anfangen und so. Ich sage, gib mal Größe 34, eher ein Mann frei, dann sage ich, ja gut, mach mal klar an dem Preis. Er tippte was ein, sagt er, nee, keine Angst, sind dänische Kronen. Ich Daumen hoch, alles klar, ist nicht so teuer, ja, 140 Euro. Einschuh und nur der Linke. Davon kaufe ich mir zwei Paar, die ich drei Jahre trage, weißt? Ich habe ja nicht umsonst 25.000 Euro vom Startbankkonto genommen. Ja, das kam auch schon, aber schöne Grüße an alle. Danke für den Support. Danke für den Support, ja, und ist auf jeden Fall, ja. Also, das machst du jetzt, du, das machst du jetzt erst mal zehn Jahre, jetzt fährt er fünf Jahre, wenn er so lange durchhält, fährt er fünf Jahre PV50 und danach fährst du nochmal 85er, kaufst wieder alles neu und der wächst ja auch, der frisst ja wie einen Scheuendrescher, ne? Ja, der ist ja kaufst einen neuen Schuh, aber so ist es halt, ne? Wir wollen es nicht thematisieren. Eine Leistung soll er bringen, Leistung, und dann können wir ihn thematisieren, ne? Ey, ich überlege mal, dann fährt er zehn Jahre Jugendbereich und sagt nach der 85er, nach fünf Jahren, Vater, ich habe keinen Bock mehr, ich fahre keine 500er mehr. Ja, logisch. Ja. Du machst es doch was Spaß macht, so egal. Wir waren immer noch bei Landshut, ne? Wie sind wir denn, wie sind wir denn zu Klaas gekommen? Weiß ich nicht, ich wollte vom Abschlusstraining ein paarchen erzählen, aber was war, sind wir bei Landshut jetzt fertig? Naja, grundsätzlich haben wir die Deutschen durchgekaut, das bleiben ja dann noch, ich habe noch nichts gehört von Mats Hansen, ich denke, der wird rausfallen, Hädel und Grobauer auch nicht. Ja, Mats Hansen aber auch zu Recht, Also hat jetzt mich, zumindest, dieses Jahr, ne? Ja, also in Landshut, ja, ich habe ihn gefühlt bei jedem deutschen, zweiten deutschen Rennen gesehen, genauso wie unseren Lieblingsfinnen, und er ist halt da, er ist nicht immer so ganz vorne mit bei, er ist irgendwie so ein Mittelding, so. Ja, aber warum, ein Hädel zum Beispiel, warum er nicht verlängert bei Landshut, warum sie den zum Beispiel tauschen gegen, oder warte mal, Hädel, ist der jetzt über 24 vielleicht? Gute Frage, weiß ich nicht. Würde ich auch lügen. Hädel jetzt aber auch lange nicht gefahren, Michi war doch auch verletzt, hatte er sich nicht auch irgendwas gebrochen oder so? Ja, so ein Lenker ins Auge und was er da alles hatte und jetzt gucken. Ja, ja, stimmt, der hat er ja hier oben, genau, stimmt, ja, Augenhöhlenbruch oder sowas, ne? Ja, aber ich glaube, der war auch irgendwie nie so richtig in Landshut angekommen, Da war von Anfang an irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Ja, tatsächlich nicht. Ich habe eine Frage noch zu Landshut, also jetzt von Hädel mal ganz kurz. Wann wurde denn Kim Nielsen in Landshut verpflichtet? Ist er erst in der späteren Hälfte? Ja, letztes Jahr auf jeden Fall. Echt? Den haben sie irgendwann dazu geholt, weil irgendeiner fiel doch aus. War das sogar für Hädel? Ah, schon wieder Mut maßeln und rätseln hier. Keine Ahnung, ne? Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass sie ihn nochmal verpflichten, jetzt wo er Grand Prix Fahrer ist, wird er bestimmt nicht billiger, ne? Ja, auch mit dem Hillebrand hätte ich nicht gedacht, dass sie ihn holen. Zurückholen quasi. Und es war ja beim letzten, unser Star, Paco Castanja da. Ja, habe ich gesehen. Geht Paco nach Landshut? Weiß ich nicht. Schon komisch, dass er da ist. Ich habe ihn sonst, ich habe Paco. Also bei diesem 100 Jahre Landshut-Rennen, weißt du, da war er doch irgendwie plötzlich da. Paco nach Landshut. Wo kommt Paco überhaupt mal her? Den haben wir groß gemacht. Genau. Wir waren es. Startband, make Paco great again. Richtig, kein Mensch hat von Paco Castanja geredet, weißt du? Ja, und dann haben sie meinen Schnauzer gesehen, den er sich nachrasiert hat, und dann hat er gesagt, den müssen wir nehmen. Und plötzlich ist mit mal, neben Timo Lati, Paco Castanja überall angesagt. Ja, den, aber den zu sehen, Alter, als Showman total geil. Ja, also wenn ihr, wenn ihr dem mal auf Instagram folgt, dem Paco Castanja, jeden Morgen eine gute Laune-Story, ist der Wahnsinn, wirklich. Krass. Es ist genau das ganze Gegenteil von Max Tilger, nicht sportlich, also er ist sicherlich fit, aber nicht sportlich, so mit Fahrrad fahren und irgendwie gedämpftes Gemüse dreimal am Tag essen und ein paar Nüsse noch dazu. Paco ist glaube ich eher so der Typ, der morgens kalte Pizza isst und sich ein Bier aufmacht. Ja, Punkt. Geh ich mit. Hundertprozentig. Aber wo Bier, Michael, ich hab immer noch nicht geschafft, dir hier deinen, guck mal, ich halt's mal in die Kamera, dir dein Geschenk geben. Ja, geil. Immer noch von der Familie Gerdes hier aus, äh, Dorn. Ja. Du hast noch eingepackt, ich hab's noch nicht mehr. Ja? Du hast zu viel noch, ich müsste noch einen Becher haben, den ich Klaas mitbringen wollte, irgendeinen Trinkbecher, den wir in, den X-Lea-Dings da, den, 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 den. Das Kraftwerk. Das Kraftwerk, genau. Ja. Falls mal Knockout ist hier, wie heißt das jetzt neulich? Burnout. Burnout. Burnout ist das, was wir immer zu behaben, ne? Ja, oder wenn die im Kreis fahren haben, ich glaub, das ist schon wieder ein Donut dann, ne? Das ist, das war zu essen. Ja. Ja. Mit Schokolade drauf. Ja. Alter, ist aber auch viel passiert, wir müssen mal kurz, wir müssen mal kurz politisch werden, Ebi. Ähm, ähm, außerdem, wollte ich noch sagen, ja, zu dem Abschlusstraining, ne? War nett zu sehen, ich hatte so einen kleinen Flashback, denn alle, die uns regelmäßig hören wissen, dass ich mein erstes Rennen im Parchim gesehen hab, auf der Langbahn, weil ich bin auf diese Bahn gekommen und hab da natürlich auch das erste Mal Geruch einer Spielwehrmaschine wahrgenommen und dann hab ich auf der Langbahn seit 30 Jahren, ich war ja Ewigkeiten nicht im Parchim und wenn ich da war, wurde auf der Langbahn nicht trainiert und nicht gefahren, Langbahnfahrer gesehen, zwei, drei Stück. Ich glaub, einer davon war, äh, Stefan Rebschläger, der da gefahren ist und eine Langbahnmaschine roch nochmal ganz anders, ne? Jetzt hab ich halt nur noch gefühlt, dass meine Mutter mich gesucht hat, weil ich im Fahrerlager rumspiel, weil die Leute mich mochten. Ich war ja so ein kleiner Dulli, so kleine, runde Bille und war immer ganz niedlich, weil ich auch sehr dumm war als Kind, ne? Und, äh, das war, das war richtig schön, war so ein bisschen wie so ein Flashback, muss ich sagen, ne? Äh, hab dann noch, äh, Hanna Grunwald gesehen, die sich da auch mal auf die Langbahn getraunt hat mit einer Langbahnmaschine. Echt? Die fährt jetzt auf 100er, ne? Ist das die jetzt nicht nächstes Jahr? Ja, die ist jetzt auf 500er ist sie gerade gekommen, ja. Die hat einen riesen Fanschalter, ne? Ich bin immer so, puh. Ja. Bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Im Pardo, du bist noch tanzend gesehen? Ja. Die ganze Fan-Crew? Ja. Es sind schon viele, ne? Ja, eine ganz schöne große Entourage, ne? Manchmal habe ich ein bisschen Gefühl, kommt ein bisschen Druck rein, ne? In die ganze Geschichte. Ja. Aber ohne Druck ist auch immer schwierig, ne? Diamant entstehen nur mit Druck, ne? Ja, ist das auch mal so ein Ding, was man mal bequatschen kann irgendwann? Man gibt und gibt und gibt, fordern die Leute noch genug? Ne? Also sind die alle so verweichlicht, jetzt gar nicht so auf Speedway bezogen oder auch das, ne? Die kriegen ja viel, alle, ne? Aber kann man nicht auch irgendwann mal wieder langsam anfangen zu verlangen und zu sagen, pass auf, wenn du nächstes Jahr nicht mindestens Zeit und Satz schaffst? Also ich denke... Ist das nicht mehr so in? Darf ich es jetzt mal aus Erziehersicht, wie man es eigentlich lernt? Darf ich das vielleicht mal? Fördern und fordern oder so? Genau, fördern, es heißt genau daraufhin, worauf ich hinaus, fördern und fordern. Ich glaube, ab einem gewissen Alter, wenn der oder diejenige auch mental soweit ist, sollte man tatsächlich schon... Druck bedeutet ja auch Ziele. Und du brauchst Ziele, um zu sehen, ob du, egal ob dein Wissen oder dein sportliches Können gesteigert hast, egal ob Schule oder nicht, wenn wir ohne Druck arbeiten, bräuchten wir in der Schule zum Beispiel auch keine Arbeiten mehr zu schreiben, die benotet und zensiert werden. Ja, ist gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen Musikverein gehe und wir sind zum Beispiel im Wettkampfzug, wir nehmen an Wettkämpfen teil, wo benotet wird und wir Plätze machen und sowas. So mit 12, 13 sag ich schon mal, pass mal auf, nächster Wettkampf. Ich erwarte jetzt von dir erstmal regelmäßige Trainingsteilnahme, weil dein Wettkampfplatz, wenn wir zum Beispiel zur Weltmeisterschaft oder nach New York nächster fliegen, kostet so und so viel Geld. Ich möchte zum Beispiel, du musst zehnmal beim Training sein und entschuldigt ist nur Krankheit, wenn du wirklich krank bist und dann musst du 90 Prozent deiner Sachen richtig spielen und auch richtig laufen, also im richtigen Schritt, die Schrittwechselkurven richtig laufen, sehr, sehr technisch. Und so mit 12, 13 fange ich an, den Kindern Ziele zu geben, aber auch Druck, wo ich dann sagen muss, wenn ich das beobachtet habe, pass auf, war nicht so gut, du musst jetzt nochmal das und das machen. Also das geht ja nicht anders, wo würdest du dann sonst hinkommen? Druck und Ziele sind beides das Gleiche. Und so ein bisschen von außen muss immer was kommen, weil gerade Kinder und Jugendliche meiner Erfahrung nach auch einfach mal Phasen haben, was ja völlig normal ist, egal ob sie Prä- oder Postpubertär sind oder mitten in der Pubertät drin, wo sie einfach, man orientiert sich anders, man erkennt das erste Mal vielleicht das andere Geschlecht für sich, gerade bei Jungs ist es so, dass sie dann den Mädchen hinterherlaufen, wo du sagen musst, du kannst das machen, aber hier ist was, das hat ganz viel Geld gekostet, so ein Stahlschuh kostet 140 Euro, so eine Maschine, deine Lizenz kostet, du musst das jetzt vernünftig verwerten oder du musst sagen, du findest einen Abschluss. Den Druck musst du geben. Ja. Nee, ich wollte nämlich... Entschuldigung für den langen Monolog. Ja, wie ich jetzt auch immer drauf kam, aber dieses Hanna-Grunwald-Thema ist mir mal irgendwann, ich weiß gar nicht wo, aufgefallen, ne? Wo ich gedacht hab, erst mal irgendwie... Also ich muss sagen... Eines Mädels, die krieg ich ganz schön, ne? Also man sieht's von außen, da ist ein bisschen was hinter, ne? Also ich muss ganz... Die auch fordern, da war ich erst ein bisschen... Ja, schockiert, das falte auch so, aber schon ein bisschen überrascht, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich ist das richtig. Wo ich mal ein bisschen... Also ich muss sagen, von außen beim Training sah sie sehr, sehr schnell aus. Auf der... Erstmal auf der Spielfeierbahn. Bei der Sandbahn habe ich nicht so hingeguckt. Ich glaube, das war eher so just for fun. Man darf aber nicht vergessen, bei aller Liebe, sie war alleine auf der Bahn und hat trainiert. Kommen da drei Leute dazu und dann bist du auch noch im Käfig, also mit Banden drumherum, ohne Auslaufzone. Und da werden auch mal die Ellbogen eingesetzt. Da muss man natürlich auch erst mal gucken, wie so junge Frauen und auch Männer, ist egal wie, wie das dann nachher unter Druck funktioniert. Ja, logisch. Also mit Druck auf der Bahn. Der Weg zur 500er ist echt... Das war mal eine andere Nummer in der ersten Kurve. Und wie gesagt, sie sah sehr, sehr geschmeidig aus, was sie gemacht hat. Sie sah auch alleine auf der Bahn sehr schnell aus, aber das gilt es natürlich erst mal umzusetzen, auch in den richtigen Wettkampf. Das darf man nie vergessen. Ich glaube, da kann die Entourage dahinter noch so groß sein und du kannst so gutes Maschinenmaterial haben. Es muss körperlich und geistig klappen. Genau. Also das war jetzt gar nicht... Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Das war jetzt einfach mal so... Nee, das ist aber interessant zu sehen, weil ich glaube, dass sie nach Sedina Liebmann, die ja jetzt auch der 500er gut angekommen ist, eine der... Oder vielleicht der zweite weibliche Star in der deutschen Szene werden könnte. Das ist wahrscheinlich so. Gerne, wenn du siehst, was Sedina Liebmann so auch an medialer Wirksamkeit hat, was die für den Sport tut. Hat natürlich auch... Würde ich mir wünschen, dass es manche Männer auch tun. Ja, genau. Unabhängig. Andere Menschen tun. Also es ist Wumpe, ob Frau oder Mann. Andere Fahrer. Natürlich. Hat natürlich auch eine gute Jugendarbeit genossen bei den Drift-Kids da um Christian Seliger rum, wo viel gefördert und fordert wurde im Parchim. Auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, was da passiert. 100%ig, wie der ganze Winter spannend wird. Was haben wir noch im Zettel, Micha? Ich habe noch eine. Ja, ich hatte noch eine Frau, die ich kurz mal anteasern wollte. Ist mir das erste Mal auch im Parchim aufgefallen. Ich hatte halt um vier Zeit zu beobachten. Britney Spears? Die ist auch gefahren, aber die möchte bitte, dass wir darüber nicht reden. Und der Papst auch. Okay. Masha Schwendt habe ich getroffen im Parchim. Wollte sie eigentlich vor das Mikrofon kriegen. Fährt von den MC Post Leipzig, wo dann auch schon Cindy Weber herkommt. Also sie hatte eine MC Post Leipzig Weste an. Leider habe ich vergessen, sie ans Mikrofon zu holen, weil ich sie in Neustadt habe liegen lassen. Wie immer. Arsch über mein Haupt. Aber das wäre auch nochmal interessant. Da sollten wir vielleicht auch mal so ein bisschen den Blickwinkel drauf halten. Und wer mich auch noch, du hast ja letztes Jahr, nee, dieses Jahr in Wolfslake die 85er Trophy angeguckt, ne? Jo. Wer mir da aufgefallen ist, ist, äh, bewusst ist Carlos Gendrich, alter Schwede. Auf dieser 85er Züberg-Säge hat der das Ding da weggerittelt, ne? Ist gut, ne? Der kleine. Muss ich ja mal sagen. Also erstmal, schöner Wiedererkennungswert. Er sieht mit seiner schwarz-neongelben, neongrün, Entschuldigung, neongrün-Kombi mega gut aus. Er hat auch schon ein schönes Auto zu stehen und sehr, sehr professionell hat sich die Bahn dann geguckt, so ein bisschen mit dem Fuß reingestochert, auch immer freundlich, sagt mir immer feinen guten Tag und so finde ich total klasse. Er sieht doch cool aus und dann wird sich der kleine Blonde mit dem kriegen, ne? Ja, natürlich. Das könnte echt so ein kleiner Star werden, ne? Und da habe ich ihn das erste Mal wirklich beim Training beobachtet, mega gut. Also wie der die 85er da hin und her siegt, mein Respekt, ne? Du, überhaupt die Jungen, ne? Also ich hatte ja wo du bei dem Thema dieser Janek Konzak, ne? Der ja auch Weltmeisterler geworden ist. Ja. Genau wie Carlos. Den kannst du in dem Alter schon Mikrofon hinhalten. Da kommt mehr raus als bei ein, zwei anderen Leuten, die wir schon mal vor dem Mikrofon hatten. Ja. Das ist echt gut. Entweder macht die Schule das gut oder die Eltern oder die wissen, worauf es ankommt. Die grüßen noch mal ihre Mutter und ihren Fanclub, ihren Sponsor. Wo ich sage, jo, genau so ist geil, ne? Wird der Weltmeister in Wolfslake die Mutter und so heulen und er erzählt ihr alles, wie es war, ne? Mega gut, was er für Ziele hat, wo er herkommt. Also perfekt. Und Carlos ist da mega enttäuscht, dass er da irgendwie nicht Weltmeister wird, ja? Wo ich denke, Junge, du bist da so viel Zeit im Leben. Ja, aber es ist doch auch in Ordnung. Es ist doch gerade, also wenn ich jetzt Klazi da irgendwann mal hinkriegen sollte und er sagt, er kommt als Letzter runter und sagt, oh, bin ich zufrieden mit? Ne, bist du nicht. Ja, dann fliegt er bis nach Frankreich. Hä? Dann fliegt er bis nach Frankreich. Ja, ist doch klasse, wenn er, also für ihn natürlich erst mal ein Niederschlag, aber auch das ist ja eine normale Entwicklung, dass man einfach mal verlieren muss, ne? Geh von aus. Was ist los mit dir, Alter? Du, wir können jetzt auch abbrechen und dann gehen wir jetzt beide mit der Kamera zu My Dirty Hobby rüber. Ne, ne, alles gut, alles gut, alles gut. Ja, okay, jetzt sagst du wieder. Wir gehen rüber, ist ein gutes Stichwort. Eine perfekte Überleitung. Ich hab dir heute ein Video geschickt, Micha. Und das gar nicht ohne Grund. Oh. Gut, es folgt jetzt. Ich muss noch kurz einen Zuhörer grüßen. Lieber Zini, unser Lieblingszuhörer, dieser Teil kommt jetzt für dich. Ne, tatsächlich geht es gar nicht um den Fahrer und den Gewinn, es geht um den Ort. Speedway Grand Prix. Ja. Speedway Grand Prix. Es steht ja an, die Gerüchte lauten zwei Grand Prix's Australien. Sogar zwei. Nicht nur einer und sogar zwei. Es war im Gespräch Mildura. Die sollten so irgendwas Großes da verkünden. Da war es wohl nicht. Jetzt steht im Raum, dass es keine Speedway Stadien werden, sondern tatsächlich so eine Eintagesbahn. Was sagst du denn dazu? In Australien? Echt? Sydney oder so ein Quatsch. Warte kurz. Also natürlich. Ich mach noch gleich ein SGP-Dings mit rein, wo wir dann drüber später erzählen können. Es steht wohl demnächst ein SGP-4 in das Haus. SGP-4. Was ist das? Quatsch oder was? Nee, das ist kein Scherz. Das ist jetzt... 85 oder was? Ich habe mit jemandem aus dem Ausland gesprochen. Wir haben auf Englisch geschrieben. Und es soll angeblich wohl eine 190 Kubik SGP-4-Klasse geben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber an jeder Lüge ist immer... 90 Kubik? Ja. Was ist das für ein Quatsch? Gibt es das schon irgendwo? Weiß ich noch nicht. Der hat mich mal angeschrieben und der sitzt in Dings, der sitzt in Amerika und hat irgendwie uns mitbekommen und dann haben wir uns hin und her geschrieben, so tageweise über den SGP, der wohl angeblich auch in Amerika viel geguckt wird und der meinte, gehört zu haben in irgendwelche Besprechungen. Er hat das irgendwo gesehen. Es gibt keine Quelle dafür. Das ist reine Mutmaßung und das, was mir jemand erzählt hat, den ich persönlich noch nie gesehen habe. Aber an jeder Lüge ist ja immer ein bisschen Wahrheit dran. Soll es wohl auch irgendwann in naher Zukunft einer SGP-IV eine Jugendklasse, also eine richtige Jugendklasse geben. Obwohl ich noch nie was von 190 Kubikzentimetermotoren gehört habe. Ich auch nicht. Es ist wahrscheinlich wieder so weit wie Apple, was es nur einmal gibt und nur das. Gut, aber bleiben wir mal bei Australien. Tatsächlich ist mir das Gerücht ganz neu. Also, dass es da zwei geben sollte und wie stellt man sich das denn vor? An der Oper oder was? Ja, die werden ja auch Fußballstadien haben oder Polo oder Rapki oder was haben die da? Was ist in Australien groß? Naja, Frauenfußball. Nee, nee, nee. Kriket-Schmini, glaube ich. Und dieses andere, nicht Football, sondern da, wo die sich richtig wegboxen hier. Ja, Rapki, ne? Rapki? Rugby. Ich glaube ja. Rugby, ja. Ja, also Stadien gibt es für Sicherheit, aber... Also, das Erste, was ich denke, erstmal scheiße, Zeitverschiebung. Cool, dass es mal woanders ist, außer nur in Europa. Und der dritte Gedanke ist, Alter, wie sollen die Fahrräder dann das bezahlen, das Zeug dahin zu kriegen? Ja, ich weiß, damals haben die das gemacht, irgendwie die... Des Cavaliers. ...Kisten gekriegt. Ja, damals war es doch noch... Ja, ja, ich weiß schon. Das war das Cavaliers. Nicht Sportsport. BSI, BSI. BSI, ne? BSI, BSI. BSI? Ja, genau. Ne, BSI war was anderes. Ne, BSI, ja, stimmt. Ist genau so gut wie Vata, aber ne, äh... BSI, glaube ich. Ist ja auch egal, da haben die so Kisten gekriegt, jeder durfte da irgendwie zwei Motorräder rein und dann haben die das da rüber geflogen und der Gegner hat schon irgendwie... Hm. Aber ob man das jetzt... Das hat da schon nicht zuschauertechnisch nicht geklappt? Ich glaube, das wird da auch wieder eine Arschbeppe. Ja, gut, ich meine, sag mal, selbst wenn sie zwei Motorräder da rüber schiffen, ne? Bezahl mal so ein Flugticket dann nur zurück für dich. Für deine zwei Mechaniker. Ne? Hotelaufenthalt und so. Ja, gut, ich weiß, das ist jetzt wieder, aber... Ja, gut, wenn ich eine WM fahre... Ja, ja, klar. Und ich weiß, die ist nicht nur in Europa, weil es ist ja eine WM, ne? Dann muss ich das doch irgendwie schaffen oder dann müssen die Preisgelder angehoben werden, weiß der Teufel, ne? Oder... Das ist ja die Herausforderung von Discovery dann... Ja, das ist jetzt auch... Wir befinden uns jetzt bei dem Thema Australienschwerber bei so einer Mutmaßung wie zwei deutsche Grand Prix, ne? Ja, wieso? Ist das vom Tisch? Also, ich habe darüber... Wir können es ja liegen. Sonne am Tetero, Sonntag küssen. Pfingsten. So wird es kommen. Ne, das stimmt nicht ganz. Und Freitag, Juni, schnell durch SGB II. Genau. Somstag Straßund und Sonntag dann Lulu. Ach, die Geschichte. Die Geschichte. Es gibt doch keine offizielle Bestätigung dafür, denn One Sport, äh, Discovery möchte die Termine selber leaken, aber nach einer Aussage beim Spielfeldiger Rennen Nord im Interview hat ein Schreiberling der SVZ das ziemlich stark gedeutet und hat geschrieben in der SVZ, dass der Grand Prix ein Tetero sein soll. Ja, da gab es auch Ärger für. Da gab es richtig Ärger für. Ich kann es ja zitieren, weil es öffentlich in der Zeitung stand, ne? Ja, ja. Es war so ein Randartikel, das war so in so einer Randnotiz, wurde das wohl oder erwähnt, stand richtig drin. Ich habe es selber gelesen von der SVZ übrigens, die, die aus dem Süden kommen, das ist die Schweriner Volkszeitung. Ähm. So eine lokale, äh, Zeitung, wie sie jeder Landkreis oder jeder Landkreis wahrscheinlich hat. Und da hat der Schreiberling geschrieben, dass Herr Wölk gesagt hätte wohl, äh, dass es in Strasen, äh, in Tetero sein soll. Ja, gut, das ist ja jetzt keine Überraschung, ne? Also das ist, äh... Ist aber noch nicht offiziell, ne? Nein, natürlich nicht, aber... Wenn es so kommt, Ebi, bist du enttäuscht? Der Grand Prix doch nicht auf einer Tagesbahn in Rostock. Wir haben keinen deutschen Dauer-Wildcard-Fahrer. Ähm. Naja, das ist ja immer noch die Option des zweiten Grand Prix, ne? Aber das hatten wir ja bequatscht, das hatten wir ja kurz geredet. Dadurch, dass es keine, keine Wildcard gibt, wird es auch keinen Grand Prix in Rostock, München, wo auch immer geben. Enttäuscht? Enttäuscht, dass es Tetro ist? Für dich selber? Nein. Also ich sehe keine Alternative dazu. Mhm. Stand jetzt. Ähm, auf was beziehst du die Aufsage? Alternative Bahn mäßig oder alles, was da drum zu gehört? Ja. Also wer sollte es tun? Wo sollte es zuschauermäßig besser sein? Oder anlagentechnisch? Oder bahntechnisch sicher, ne? Aber in Neunknicken Grand Prix, nein. In Moby Dam Norden vielleicht. Aber das ist halt auch am Arsch... Also nein. Ich weiß auch nicht, wie die Struktur der Stadions mittlerweile ist. Das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Langshut, nein. Es gibt eher eine andere Enttäuschung, die ich habe. Hau mal raus. Ich habe tatsächlich gedacht, gehofft, weil Strahlsund ja wirklich viel erzählt hat und auch viel gesagt hat prädikatstechnisch und so. Ich habe ein bisschen auf den Challenge spekuliert. In Strahlsund. Also vielleicht dann auch erst ein, zwei Jahre später. Aber ich glaube, das wäre eine Geschichte, die für Strahlsund noch gehen würde. Dafür brauchst du keine riesen Geschichten. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist wie so ein Probelauf. Ich glaube, wenn man sich eine Challenge, eine Grand Prix Challenge zutraut, traut man sich vielleicht ein Jahr später auch den Grand Prix zu. Dass man erst mal langsam sich rantastet und guckt, wie läuft es. Ja, aber Challenge kriegt ja jeder mal. Also Landshut hatte sie, dann gingen sie mal noch ganz oft in... Also die, die nicht so den Grand Prix fahren, aber eine Challenge kannst du auch in Wiener Neustadt mal gehabt haben. Eine Challenge ist so eine Nummer drunter. Nicht so mit hunderttausenden Zuschauern und nicht so dieses zehn LKWs. 13. Vielleicht sieht man das in Strahlsund so. Vielleicht nehmen die das so als sozusagen als komm, wir gucken mal, wie das läuft. Also auch wieder nur eine Mutmaßung. Ja, deswegen habe ich ja auch gerechnet. Aber jetzt ist es ja in Schweden. Also es ist ja raus. Ja, ich weiß. Ja, es ist jetzt irgendwie so spannend. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nächste Bahn-Sportjahr gerade in Deutschland im Weg weisen wird. Was trauen sich die Vereine noch? Wie sieht es auch mit den Grand Prix aus? Ja, die Veranstalter. Genau. Was macht der DMSB mit der Bundesliga? Hatten wir jetzt schon. Was macht der SVG? Ich glaube, jetzt wird es gerade nach zwei Jahren Corona, wo wir doch wieder mehr in die Zukunft planen können, weil es wahrscheinlich keine flächendeckenden Lockdowns etc. pp. mehr geben wird. Ja, es wird ja die NBM-Tagung, wird spannend. Genau, die NBN-Tagung wird spannend. Die haben sie jetzt verschoben auf Dezember leider. Da wird man schon mal ja, so ein paar Sachen hören, fühlen, was passieren kann. Gibt es den Parkhub wieder, wird es nach dem, ich nenne es mal Debakel in Leipzig letztes Jahr. Geile Geschichte eigentlich, ein Tagesgeschichte. Kann man was draus machen? Ja, wir werden jetzt viel Mut machen. Ich würde jetzt auch ein bisschen schon Infos haben. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wenn wir kurz bei der NBN sind, und das hätte ich jetzt auch vorgelesen, wenn Klaas nicht angefangen hätte, nur noch mal so, wir sollen ja auch die Kleinen immer mit reinziehen. die Junior-A-PW50 wurden ausgewertet. Die haben ihre zehn Rennen oder was das waren gefahren. Auf dem ersten Platz Janne Schröder für den MC Lufis Lust. Auf dem zweiten Platz Jarek Perens für den MF Niederlebe und MC Mecklenburg-Ring-Parchim. Auf dem dritten Platz Moritz Mattig für Wolfslake und auf dem vierten Platz, die machen mal die ersten vier, Lukas Nake für den MC Nordchenstrahlson und Mecklenburg-Ring-Parchim. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Meister von morgen. Die Meister von morgen, Was war das jetzt für ein Ergebnis, bitte? Das war die NBM, Norddeutsche Bahnmeisterschaft PW50. Stark, 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 stark. Diese Woche hat unsere Startbahngruppe auch noch ein Thema, ja, favorisiert nicht, aber doch viele Leute zum Schreiben gebracht. Man hört rauschen, dass die Russen zwei oder drei waren es an der Zahl, wieder in der Liga fahren dürfen oder wieder zugelassen werden. Das Thema müssen wir aufmachen. Ich weiß, es ist politisch und scheiße, wir möchten uns jetzt auch erstmal politische Neutralität aussprechen, zumindest in dieser Sendung, was wir privat für eine Meinung vertreten, ist egal, aber Laguta soll wohl ergeblich wieder fahren dürfen nächstes Jahr in der polnischen Liga. Ja, was willst du von mir hören? Also, ich habe gelesen, dass es demnächst irgendeine, von der PZM sicher eine Sitzung gibt, weil sie haben wohl polnische Lizenz oder polnische Staatsbürgerschaft, so rum. Genau. Aber schon länger, ne? Ist nicht erst beantragt, sondern die haben sie schon länger, ne? Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß nicht, der, der sie hatte, in Tschugunaw, glaube ich, der durfte er fahren. Ja, ist Tschugunaw echt? Ja, klar. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Der hatte meiner Meinung sogar eine Wildcard irgendwo. Ich, also ich persönlich, du kannst ja gerne einen Monolog zu halten. Mich interessiert deine Meinung dazu. Du bist raus, okay. Ja, dann machen wir die mit. Ich finde es nicht gut, Punkt. Okay, ich finde es richtig. Sollte in alten Sportarten so bleiben. Egal, dann schließen wir das hier ab. Ja. Ja, es war mal wieder eine Sendung, ne? Die spannend war. Wir sind wahrscheinlich wieder ein bisschen abgedriftet. War nicht ganz so lustig diesmal für die Zuhörer vielleicht, für uns schon. Also ich fand sie mega interessant, lustige Themen, spannende Themen. Ich schreibe mich gerade, manchmal gucke ich auf die und denke, oh scheiße, erst zehn Minuten, wir müssen noch mehr und gucke jetzt gerade rauf und denke, oh fuck, 54 Minuten schon. Ja. Landshut war mega interessant. Ich möchte an der Seite, an der Stelle nochmal kurz eine Seite erwähnt, bahnsport-info.de. Top-Seite, mega viel Arbeit, die da reingestellt wird. Im Impressum steht, dass die Holger Bornschein gehört oder dass er sie wohl verwaltet etc. Ja, ja. Viele Grüße, danke für deine Arbeit. Wir können uns da mega bedienen an Ergebnissen, an Punktzahlen. Also danke für die Arbeit, macht weiter so. Und ja, da gibt es auch so ein Thema, dass er mit der, mit irgendwelchen Zahlen aufhört, weil keine Zuarbeit mehr kommt und naja, wie es überall so ist, traurig, traurig. Aber jetzt danke gerade, was da, er hat auch eine mega Statistik gemacht, Leute, guckt da unbedingt mal rein. Echt? Die Fahrer alle insgesamt ausgewertet, über alle, über Liga, über Einzelläufe, über Megagut, auch megagut sortiert. Du kannst da nach Ligen durchklicken, du findest sofort auf Schlag alles. Ja, auf jeden Fall. Ein Klick rein und auch gut erklärt, schön sichtbar, mit schönen Grafiken. Ja, vielen Dank für deine Arbeit, ey. Megagut gemacht. Und natürlich nicht zu vergessen, unseren neuen Fanshop, ne? Du, Digga, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, du auch. Jeder normale Fanshop-Release lässt alles mal abstürzen bringen. Ich dachte auch, dass du den Spreadshacher, es Server sprengen, ne? Entweder haben die gute Surfer oder... Ja. Die sind krank. Ja. Danke für die Bestellung und schön, dass du die 50% Rabatt genutzt hast. Wir möchten an dieser Stelle gleich mal betonen, weil uns mittlerweile auch tatsächlich nicht nur Gute, sondern auch für Neid entgegenschlägt. Geil. Das Geld, was du da verdienst, ist so minimal. Es geht nur darum, dass die Leute gefragt haben, dass sie gerne was haben würden, wo Startband draufsteht. Das haben wir geliefert. Ja, wir kriegen dafür Geld ab, aber das Geld wird sofort gefressen für zwei Monate Hosting dieses Podcasts. Ist weg. Ja? Wenn wir die Preise hochdrehen, ne? Gar keine Frage, wir wollen reich werden. Ja, ich denke, so ein Pullover von uns wird auch locker 70 Euro kosten, Alter. Locker, Junge. Ne, vor allem, kauft alles außer Tassen. Ja, genau. Tassen kauft bitte nicht, das möchten wir nicht, aber alles andere könnt ihr gerne kaufen. Wir dürfen die Tassen noch 10 Euro hochschrauben. Ja, damit wir mal zwei dran verdienen, Alter. Wir zahlen noch fast mit draus. Um Gottes Willen. Ja, das ist auch einfach. Danke, das ist einfach ein geiles Ding, ne? Also wir haben keine Arbeit mit. Genau. Ihr wartet nicht da drauf. Früher habe ich das ja alles gemacht, ich habe Presse und Plotter und sowas zu Hause gehabt. Dann hier im Podcast. Vergiss auch mal was. Ja, genau. Neben der Arbeit, neben der Arbeit nochmal das machen, dann kommt die Bestellung nicht ran und so eine Kaufabblickung hat, genau, Micha, vergiss auch mal was, hat dann auch mal irgendwie zwei Wochen gedauert, weil bis ich das dann, wir hatten es natürlich nicht auf Lager, dann bestellst du es, dann dauert es fünf Tage mindestens, bis es bei mir auf der Insel ist. Das dauert hier, dauert das Paket scheiße, alles noch mal einen Tag länger. Dann pressen dann wieder und dann habt ihr einfach zwei Wochen gewartet und so geht es innerhalb von drei, vier Tagen. Ja, es ist ein Franchise Unternehmen, wir kriegen da einen kleinen Obelus ab, benutzen das natürlich, um unsere Hochs den Kosten zu decken, denn die große Rechnung steht wieder an, am Jahresanfang, damit wir diesen Podcast auch auf allen Plattformen verteilen können und schön, dass ihr was von habt, wir haben was davon, wir können unsere Kosten tragen und danke an alle, die schon uns unterstützt haben und die es nicht wollen, ihr findet das in unserem Linktree, bei Instagram kommt ihr drauf oder auf unserer Facebook-Seite steht um so ein Button, jetzt kaufen, da kommt ihr auch in den Job rein und immer mal auf den Laufenden halten, es gibt immer mal Rabattaktionen, die wir leider selber nicht steuern können, die haut Spreadshirt selber raus und wenn es da Rabattaktionen gibt, hauen sie einfach raus, wenn ihr keinen Bock habt, das zu nutzen, ist okay und wenn doch, danke So ist es, so ist es, danke, danke, danke und ich denke, ich habe gerade hier noch eine Mail gekriegt, liebe Grüße, ja Liebe Grüße auch von hier, Frau Erhard The Party The Party Weiß nicht überhaupt, wer heute Geburtstag hat, also Sonntag ist schon wieder drei Tage her Mit dem habe ich mal mega gestritten in Tedro, ne, der wollte mir was erzählen, wie der Wasser funktioniert und so Der Ronny Der Studi Ronny Weiß Der Studi Ach Studi hat gehört, achso, ja klar Ja, heute am Sonnastag, ihr hört Sonntag, also könnt ihm alle noch nachträglich gratulieren, macht sein WhatsApp kaputt Das mache ich, just in diesem Moment schreibe ich ihm mal Ja, perfekt Ansonsten, Micha Das war mir eine Ehre Richtig, Podcast macht am meisten Spaß Ja, finde ich auch, ne, da kann man einfach dumm labern Ja Die Leute nerven bis zum Ende Die denken, jetzt kommt noch irgendwas, nee Das war's Ich sag einfach Warte mal, ich hab mir aufgeschrieben, was ich sagen Nee, ich verabschiede mich als erstes Ich soll auch was sagen Achso Bewertet uns gerne auf Facebook, kann man auch fünf Sterne verteilen Auf Wie heißt das nochmal? Spotify Abonniert uns auf YouTube und auf allen anderen Plattformen wo ihr uns hört Und ich sag dann Bis Kreisbald Bis Denver And the track at times is a little bit bumpy But you see Little bit, yeah Just a little bit, yeah